herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge final drive wir sind auf zu quietschen wir sind letztes mal stehen geblieben tag 9 und wir haben kein licht mehr und mit dabei ist die kiba hallo wollen wir mal nicht fackern und auf geht suchen wir brauchen schlüssel wieder ja wir haben kein licht mehr das ist ultra mega toll für mich mega denk an deine batterien dass du nicht so oft einsetzt ich habe fünf batterien ja aber dafür gehen schnell vorbei ich mein mich erinnern zu können dass in der letzten folge also dass der clown anfängt gleich so los zu spazieren ich will nicht den clown begegnen irgendwas ich möchte auch nicht wieder raus wegen dem scheiß ich wollte ich würde schon sagen scheiß mumie wegen dem schlüssel wegen der vogel schlüssel ach die ist zu es ist jetzt schon dunkel es ist jetzt schon dunkel wirst du nicht am arsch lecken es vergeht zu schnell anscheinend hier jetzt habe ich batterien verschwendet dich tic tac tic tac ah toll mitternacht oder 10 uhr oder so w wуют dämische katze Das ist ein guter Hörer Nein, in dem Spiel nicht Der Clownshed hoppt einmal noch Das ist ein guter Hörer Das ist ein guter Hörer Ich habe aber bitte eine Schande Ich frage...hä? Ich weiß aber... Wo muss ich nochmal hin? Ist noch da? Okay Streichholzer brauchen wir nicht Oh ne Der Fernseher geht an Warum? Hallo Ich möchte kein TV gucken Danke Oh nö, das Mädchen Geh weg! Aus! Ja Ja Ich ernähre mich bestimmt nicht im Fernseher Geh weg! Also okay, sie guckt aus dem Bildschirm aus Genau Ja Das war halt... Das ist total wübsch Kann ich dich jetzt ausmachen? Ah! Warum? Bin da Ja Toll, warum? Jetzt komm...bitte Weh, du kommst mir in die Fresse gesprungen Ja Ja Oh nö Die Tür ist zu Da ist schuldig Gefälligst Ich renne einfach Ich renne einfach Ich renne einfach Jetzt ist die Frage Wo Wo So viele Türen hier Ich bin jetzt schon bei Hälfte der Schreckens Toll, das freut mich mega Ich muss schnell die Seite finden. Was ist das Bad? Ich will aber nicht um das Bad. Dankeschön. Ist das zu? Muss ich hier irgendwas machen? Warum muss ich schlagen? Was ist das zu? Ist das zu? Ist das auch zu? Boah! Ich glaube das hat das Spiel so anrichtet, dass die meisten Türen zu sind. Ja! Ich will auf den Schlüssel rein. Ins Kinderzimmer! Ich bin begeistert! Gibt mir einen Schlüssel. Gibt es da jemanden? Batterien! Dankeschön! Ich will gar nicht wissen was im Kinderzimmer abgeht. Tschüss! Hier geht es schon mal auf. Das ist da unten. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Da passt ein Schlüssel rein. Da ist ein Schlüssel. Und Batterien. Da ist der nächste Schlüssel rein. Oh! Oh! Die Seite! Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Nur gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. Ja wow! Genug Kerzen im Haus. Och Menno! Oh! Und wo soll ich unser nächstes lang? Ach! Tag 10! Oh! Wollen wir mal hier lang? Ich lauf. Weißt du? Ich lauf genau auf die richtige Tür zu, wo es verschlossen ist. Immer. Weiß doch schon. Der eine Tür ist ja immer verschlossen. Weiß der, oder? Sie sind ja jede Menge verschlossen. Nee, ich mein das. Ach so, ja. Wenn ich die mal zum Keller führen wollte. What? Keller? Es gab mal eine Tür. Sagen wir nicht in dem Spiel gibt es einen Keller. Na, die sollte in den Keller führen. Aber... Der Entwickler konnte uns grad irgendwie nicht einbauen. Das ist gut so. Ich wär bestimmt nicht in den Keller gegangen. Ding dong, ja toll. Hey du bist schön. Bist du da noch Clown? Bist doch da, du bist brav. Na Junge. Ich muss gar nicht zu dir. So viele Türen. Ich muss eigentlich... Da lang? Nein. Ich muss nicht da lang. Boah. Ich muss hier lang. Nein. Hä. Irgendwas mache ich falsch hier. Hier gibt es ja keine weitere Tür. Was ist hier lang, glaube ich? Hier lang? Ach da. Hi. Döne Mann. Hier. Wer rennt mir hinterher? Geh weg, Tür! Oh, wieso rennt mir irgendjemand hinterher? Kann ich nicht einfach hier hocken und im Fernseher gucken? Für das Rest des Spiels? Geh weg. Geh weg, wieder zurück. Geh weg? Geh weg, wieder zurück! Geh weg, wieder zurück! Woah... Es ist Duckel. Würdest du gerne so in einem Riesenhaus leben mit so vielen Türen? Ich glaube eher nicht. Wäre viel zu viel zu potzen. Es wäre viel zu creepy. Also ich würde das extrem... Wenn man den Zuschauer fragt, würdet ihr in so einem Riesenhaus wohnen? Wollen? Also er hätte zu sagen, das ist wie ein Schloss mittlerweile. Ich will nicht wieder ins Klo. Also ich würde in so einem Ding nicht holen. Erstens auch wegen Puts, klar. Aber zweitens wäre es alleine in so einem Ding viel zu creepy. Da quietscht und knackst ja alles. Ich muss nicht, ich glaube ich muss hinterm achten. Ich muss aber nicht da hin. Hier war ich so schon. Boah, wo muss ich lang? Hier war ich auch schon. Zu. Zu. Zu? Ist auch zu. Hmmm. Entschuldigung. Erstmal, wie kannst du noch? Leute, ich hab keine Ahnung, woher lachen. Geh an! Ja, ne, ist echt mischt. Hallo? Ding! Oh! 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 Kannst du mir das Spiel endlich mal einen Tipp geben? Kannst du mir einen Tipp geben? Ich? Ja. Uff, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Es sind zu viele Wege. Nein, von mir komme ich doch. Die Tür ist zu. Ich bin auf der Tür schärf. Ich habe doch nicht. Ich habe doch noch einen Tipp, aber nicht. Dann beginnt es mit einem Baumwärtszak metallic wird. Ich bin ein Tipp für den Balle und ich bin ein Tipp. Ich bin ein Tipp. Nein, was ich bin ein Tipp? Ich sehe ihn noch, dass ich immer noch. ist hier im klo irgendwas hallo lecker ist der clown da oder? nein sehr sehr viel blut im klo ja das freut mich gar nicht ich müsste doch nicht so einen aufwand machen um den schlüssel zu geben die könnten mir einfach so geben die leute auf einmal jede menge blut im klo jetzt habe ich wieder den schlüssel und ich habe keine ahnung wohin damit hoch wieder beruhig dich mein junger beruhig dich es war nur blut boah schnauft er wieso gibst du mir keine seite spiel die seite batterien ich will hier raus ich will hier raus komm 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 leider die tür geht schon auf die tür geht auch schon auf die tür geht auch schon auf die tür geht auch schon auf die tür geht jetzt nicht auf die gehen alle auf hier oben toll gehen wir nach unten jetzt nein so auch nicht oh man so kann einfach nicht alles mit ablaufen wo muss ich jetzt hin hier hin nein hier hin hier auch doch man die was ist ein Bad gewesen toll Kinder park jetzt in komm du auch nett das gibt es doch nicht ja toll ich habe einschlüssel ich weiß nicht welche tür ich dafür öffnen muss ich muss wieder runter ich glaube muss ich beim blauen jetzt hin ich habe es schon mal angemacht hier wer hat dich ausgemacht hallo 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 ja ich weiß er dritt seinen kopf zu mir das ist toll freut mich mega bist du noch da du huckst noch da die tür gehst du da auf du gehst auf leckbächer marsch wo bin ich jetzt gelandet ich glaube ich verschwende viel zu schnell die batterie auf lindas wunsch hin habe ich die klauenpuppe in eine abstellkammer gelegt wer hat ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber doch die klauenpuppe ach nööööööööööööööööööööö der tag jetzt vorbei jaaamen zum gluck tag 11 aber den aliens würde ich sagen seht ihr die nächste唷 Ja, ich bin ein Arsch, ich weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat mich gefällt euch. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar da. Und sagen wir bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.